jetzt müssen wir teamfähigkeit beweisen denn es wird echt übel wir müssen alles leute alles von vorne machen sollten wir jetzt verkacken wasser und da ist er weg ich hab gerade überlegt ob wir da wieder rüber springen müssen oder so und schön dass ihr dabei seid heute wieder eine grandiose challenge lange her heute mit dem kontrahenten und team leuten muss man bei dem format schon fast sagen deko und schmarr ist ein wunderschönen guten tag geil dass du da seid was machen sachen hallo ich wünsche euch einen wunderschönen guten morgen guten mittag guten abend guten nacht guten dusch guten rauch guten appetit guten dienst guten feierabend und guten alles da und ja no respawn challenge reinfahren hier reinfahren deko du mieser schwanzus kleinus wir wissen uns schwanzus maximus kurzen extra und extra auch warte mal alles extra willst du mal aussprechen jetzt oder nicht geht das wahrscheinlich kein speed gewesen er hat uns extra unter den see gehauen damit wir nicht zum see fahren müssen kurz geht raus denn wir dürfen nicht respawnen uns wird wahrscheinlich einige fallen er und respawnen hast du das fehler hinten gesehen ja das wird böse digga das wirklich hier kannst du vorwärts machen aber schön dass du da ja hier weiß es nicht okay soll ich einfach mal vorwärts versuchen hatte ich versuch mal erfahrung kommen für die leute hier beim nächsten soll ich auch wieder versuchen beim nächsten mal ich mache das nicht okay 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 ich habe schon zwei mit abgeräumt wird jetzt müssen wir ich habe eine jetzt müssen wir teamfähigkeit beweisen denn es wird echt übel wir müssen alles leute ne alles von vorne machen sollten wir jetzt verkacken das muss ich noch mal sagen irgendwann müssen wir alles was ach das ist ein kollege da ja genau und wir haben GTA modus an also wir müssen vertrauen leute wir gucken nach oben wir sehen noch einige dinge wir haben ein wort auch dazwischen lenkt doch und ich habe echt sorge weil ich nicht weiß ob ihr trolls eingebaut sind bisher sind keine trolls eingebaut ich hätte fast verkackt da kann man darauf verkacken hier schaffen wir es alle fürs scheidiger das werde die alte vielleicht rückwärts fahren an der stelle da nach oben und dann da rein ok adwords ausweichen nach oben adwords ausweichen nach unten dann nach oben ziehen dann adwords ausweichen und dann in die grüne tube rein eigentlich sieht das machbar aus ja eigentlich ja und auf dem world auf ich würde einfach mal jolo an und ich war jolo jolo boss und unser wissen profitieren wenn wir verkacken jetzt nein der winkel war richtig scheiße ich muss schon gar nicht marvins winkel um die kassel war ja das winkel mitgenommen bei dem scheiß dinge ich bin im see ich hoffe dass ich jetzt gleich abkratzer es klingelt ich muss ganz vor der tür ist ja nicht da aber ich habe mir einen neuen topf gestellt im kleineren na finally zeitiger wird auch zeit weil ich habe mir gab mir rahmen bestellt habe ich mir erzählt ja rahmen aber richtig geile die heils sind alles von vorne digger auch wenn du mal mit no respawn will ist das wasser und da ist er weg sagen soll ich sagen was machen muss ein bisschen springen es war ein schöner anblick ich habe wieder verkackt ich dachte ich könnte abkürzen habe ich ich habe nur überall schiss dass hier irgendwo speeds eingebaut sind hier in der kurve wäre es auch also ich kann von unten aber kein spiel sehen kann auch einbauen ich habe verkackt man wo einen simplen sprung ich habe mich verschätzt war zu langsam okay ich muss jetzt gleich mal wieder treu abmachen du musst treu abmachen bei so einem dünnen komischen element hier da guck ich drunter ob da ein speed zu sehen ist und wenn nicht dann traue ich mich das aber bei so einem reifen ich habe fast wieder verkackt ich bin an die oberfläche gekommen so ich warten auf euch da sucht ich überhaupt nicht ja ich habe jetzt einmal verkauft danach was ausprobieren und es dauert einfach super lang bis man bis man hier ertrunken ist also im flug einfach aus dem auto aussteigen schon auf den boden auf weiß dass das überlebte ich nicht ich glaube ich bin schon im ziel das wäre jetzt aber ich also wenn ich das richtig sollte dann war ich da war der langfallens mit drei du bin im ziel dann war der relativ wie sie dann war der sehr richtig schiss das hier jetzt genau form ich habe meine flasche verkackt alter ich mache das rückwärts so wir switchen und jetzt mache ich wieder einmal real try also nicht dieser gerade aus hier vorne hin wird wird und jetzt wieder vorwärts ich habe ein bisschen angst vor dem war muss ich sagen das war so die einzige schwierigkeit weil ich den ich dachte endlich mal wieder eine richtig geile aber eigentlich war es waren gar keine tolls drin eigentlich null ja du bist ja komplett first try durch ja ich bin das heute das war wirklich ein bist also natürlich so man ärgert sich auch immer von verkackt wegen dem troll aber musst du mal die gefahren noch länger sein müssen ja und auch ein bisschen schwerer wenn keine tolls drin sind aber ich mache leider gerade auch ein bisschen zu schnell hier muss ich sagen ich habe gerade richtig angst aber ich weiß nicht den ersten machen soll ich habe den ersten so richtig kacke vom winkel genommen weil der habe ich fast verkannte ich bin einfach genau nachgefahren aber es sind viel schlauere strecke gefahren und ich bin trotzdem nachgefahren ja okay jetzt bin ich wieder gleich beim war right ich schaue mal zu marvin rüber hier wäre ein kleiner troll gewesen wenn man da geradeaus weiter fährt aber das war so ein kleines ding mal easy weg hier wusste jetzt die frage welchen weg soll ich nehmen weil ich werde wahrscheinlich wieder den vollkommen beschissenen weg fahren egal jolo jolo kunst auch oben drüber fahren in der oberen reihe so ja ja aber da kann man auch noch mal verkacken eigentlich bei dem letzten jetzt hat aris verkackt er ist beim letzten seitlich gegen gefahren die haben auch ein bisschen eng oh mein gott hallo man hallo 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 worarten hallo hallo ich bin erst auf den reifen rückwärterGS befahren hallo hallo ich habe zurückgehts gemacht aber anhand der rechtlichen med glaube ich nicht dass da irgendwo Speeds versteckt sind. Come on. Come on. Erst ausrichten. Ja, schön gerade. Passt. Gut aus. 3, 2, 1 und alles wieder von vorne. Das wär... Alter, wie schnell! Wuh! No! Alter! Ich muss nochmal zur Tür. Okay. Was? Alter, was ist das denn? Alles vorwärts fahren jetzt. LOL! Ich hab das nicht gesehen! Hast du irgendwo verkackt? Ich hab verkackt. Ich hab das nicht gesehen. Wegen Schwarz auf Schwarz. Du fährst ja auf dieser schwarzen Zunge da lang, ne? Nein! Digga, warum? Digga, warum? Ich hab das nicht gesehen, Alter! What the fuck? Ja, gut. Damals passiert, heute rasiert. Ja, genau. Nee, ist nicht mal ansatzweise würdig dafür. Hä? Ja, äh, ist auch verkackt. Hä? Hä? Ja, ich hab diese Scheiße da nicht gesehen, Mann. Mit diesem Schwarz auf Schwarz. Ohne Kacke! Na gut! Ja. Mach mal, mach mal denk weiter. Das war auf jeden Fall ein schnelles Abenteuer. Weiter geht's! Mit einem X21-Skill-Test. Ja, wir waren ja gerade schon stylisch unterwegs. Und wir haben jetzt hier Gold, ja? Zwölf Minuten müssen wir schaffen. Schaffen wir die Olympia oder kriegen wir sogar Diamond, ja? Das wäre ja ultra krass. Mal schauen. Let's go! Mach mal, mach mal her, mach mal her, mach mal her. Okay übrigens. Low Respawn-Challenge und uns erwartet hier Long-Wall-Ride eigentlich. Ja, Long-Wall-Ride. Und uns erwartet hier auch ein Parcours, ja? Wir haben hier War-Ride und Parcours. Oder wie Dico sagen würde Parcours. 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 Sie haben sich vorher von Gothic damals, die Scavenger. Parcours. Stimmt's, Alter. Oh, und GTA-Mode ist wieder on, Leute. GTA-Mode ist on. Wir können ja mal schauen, ob wir friendly bleiben hier. Also ich bleibe Buddha himself. Digga, ich bin auch friendly, ey. Ich bin immer friendly, Digga. Friendly ist sein Urgroß-Sullern. Nein! Nein! Ich habe schon eine Fensterscheibe gehört, wie eingeschlafen wurde. Okay, nicht schlecht. Echt? Nicht schlecht. Naja. Noch, äh... Also ich gebe es zu, ich habe eine Mine gelegt, aber die wurde nicht ausgelöst. Ah, ja, ja. Hast du eine Mine sogar gelegt? Ja, aber... Was ist das denn hier? Wie geil... Wurde nicht ausgelöst. Oh, die hat eine richtig geile Auffahrt, Alter. Vega, wie geil ist das denn bitte, ey? Das gefällt mir aber hier. Habe ich so noch nie gesehen. Aber einfach gebaut, ne? An der Stelle muss man ja mal sagen. Oh, okay. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Hä? Okay. Ich bremse. Ui. Ui, ui, ui. Keiner ist auf meinen Weiterfahren reingefallen. Hä? Was? Ich komme auf die Auffahrt jetzt nicht so klar. Nicht so ein kranker Troll hier. Oh, das sind diese falsch gebogenen Warride-Sprünge, Digga. Die sind super random, muss ich sagen. Easy. Oh. Oh, wir kommen uns entgegen, Mr. Dekor. Hast du verkackt, oder was? Ja, ich glaube, zu spät den Heim ist genommen. Sag ja, das kann man nicht sehen. Ja, der verkackt einfach, Alter. Okay, come on, baby, come on, baby. Ui. Stinkruuuuun. Jaaaaaaaaaa. Haben wir doch, haben wir doch. Oh, lol. Oh, I did. Oh. Hallo. Was hat Aris mich weggerammt, ey? Aris? Ja? Was geht? Letting me go in Ru. Letting me go in Ru. Einfach Fullspeed. Ja, misch in. Ich hab gerade ganz kurz überlegt, ob ich nach Annäherungsmini. BAM! Jaaaaaa. Ey, Digga, du bist so. Ey, weißt du, ich hab die Annäherungsmini gerade nicht rausgeholt, ey. Richtig gejogslamt, ey. Und ich hab verkackt, ey. Gejogslamt, ey. Du hast mich gespreichelt, hast du mich. Und das war nicht mehr geplant. Hast du, warte mal. Hast du den Speed nicht da mitgenommen? Nee. Achso. Digga, ich will da richtig 380 Grad und 400 Gramm, hab ich ja lang gebrät. Ey, geil, dass ich dich noch erwischt hab. Es war schon lustig, ey. Es war schon lustig. Es war schon sehr lustig, ja. Es war schon sehr lustig. Warte mal. Das Deko jetzt wieder wieder. Warte mal, pass auf, fahr vor. Ich kann nicht aussteigen? Wo ist denn hin? Da war ich gerade... Kann ich nicht aussteigen? Keine Ahnung. Da war's dann vorbei mit der freige Feier. Ja, mit Andeungsminen ist ja so lustig. Ja, ich hätte auch ein bisschen Haftbombe hin, dann ist es männlich, ja. Aber du musst dabei Aris treuen. Hä, warum? Ja, weil er mich gerade schon getrollt hat. Ja, und? Das ist doch nicht mein Problem. Hat Marvin gesagt. Ja, ist mir doch scheißegal. Der kommt da überhaupt nicht hin. Der kommt wieder nur hin zurück. Ach, come on. Wo? Nein. Aha, okay. Hat Aris es? Hat Aris es? Hey. Hey, wie geht das denn? Nein, wie geht was? Da hinten. Vielleicht muss man da irgendwo in der Wand vorbeispringen oder so. Oh. Ach nein, das ist schmutzig. Ich dachte, du musst da rüberspringen. Das ist einfach nur normaler Schmutz. Wobei das heißt normaler Schmutziger. Der ist einfach gebaut. Der ist richtig scheiß geworden. Aber ich muss schon sagen, die Map ist nicht gut gebaut. Nee. Aha, Aris, was war das da gerade? Schmuf und sauber. Aris? Das reicht dich, Alter. Was war das da gerade? Ja. Hab Fumfum gemacht. Warum? Warum Fumfum diese? Oh. Oh, alter Schwede. Verpisst euch jetzt, ihr Sacknaseflöte. Hallo. Müssen wir da lang? Müssen wir überhaupt da lang? Müssen wir zurück, okay. Ich hab keine Ahnung. Es ist so unsauber gebaut. Leck mich. Digger, die ist richtig unklinig. Aber es ist wieder ein schmutzig. Leck mir die Eier, ey. Juge. Oh. Oh. Nee. 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 Alter, ist da eine eklige Kante drinne. Oh ja. Nein. Denk geschafft. Hör auf, hör auf, hör auf. Nee, ich hab gerade überlegt, ob wir da wieder rüberspringen müssen oder so. Hm. Oh yeah. Okay. Wobei, wahrscheinlich ist das so gedacht, oder? Ja. Okay, Dicke, man ist auch so. Ja, vielleicht hätte man auch springen sollen. Deswegen hab ich erstmal gewartet. Ah, ist doch ja der Tod ist da vorne, Digga. Ich schau so, wie machen die anderen das? Ah, okay. Wir haben ein richtig schlechtes Gewissen, Alter. Guckt erstmal, ob das alle auch so machen und Aris so. Ja, ich guck erstmal weiter. I don't give a fuck, Alter. Let's go. Ich bin schon mal im Ziel, toto. Oh, zero fucks. Give him. Fick. Fick. Ja? Ja. Jetzt zweimal hier gegengesprungen beim ersten Sprung. Hast du auch so eine Kante mitgenommen? Ich hab auch so eine richtige Kante mitgenommen. Und gleich sehen wir den Anhängungsmine. Oh nein, 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 nein. Fahr auf. Ehrlich? Ich bin friedlich gerade. Also jetzt gerade so. Jetzt, aber jetzt gerade so. Jetzt gerade bin ich. Ey, wie fahr ich denn hier gerade? Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Ja, die sind in der Käse gefaut, ey. Eieieieie, viel zu schnell. Ich bin an mir ums Minderleben. Ich glaube, ich glaube, so ist es mal ein bisschen eleganter. Elegant. Oh ja, hier. Hau ab! Oh nein! Ey, ey! Oho! Oho! Was ist los? Kann man hier irgendwen trauen? Oh ja! Oh mein Gott! Okay! Warte mal, bin ich doch richtig hier? Ja, Alter! Ja! Ist das schön! Okay, dann komme ich jetzt Marvin entgegen. Geil! Oh nein! Wow! Kann ich rückwärts weiterfahren? Nee, kann ich nicht. Nein! Digga, aber da ist doch auch was anderes verbaut hinter mir. Was ist das? Geht's da jetzt dann weiter oder wie? Ich weiß noch nicht. Könnten die Katzen bitte auffallen hier vor meiner Tasse? Ist derỗ scheiße in zu long going, werde ich dabei bin, Rennz zu gewinnen!? Hallo! Ihr beiden! Er sagt nen Renngewinn obwohl, obwohl er einfach so richtig krach nach vorne trie hat. Weil er, ja Sr Coronavirus! Ich hab' gewonnen! Ich hab' gewonnen! Wo habt ihr denn großartig gewartet? Ihr chwrodt! Bei den Punkt dann. Wir haben gewartet. Da haben wir dann nach vorne getriottet. Da haben wir gewartet. Achso! Digga, wie er einfach nach vorne trie unten und dann hier einen Punkt auf sein, auf sein Konto haben möchtet, Alter! Ja, ganz easy sogar. Nein, ich hab verkackt. Nein! Ich bin mal gespannt. Dekos erster, lol. Du willst ja nur auf der Cube lang fahren am Rand. Nein, 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 nein. Ich hab gerade fast verkackt, als Aritz verkackt hat. Hätten wir nicht oben weiter fahren müssen? Ja, musstest du. Wir müssen ja zurück zum Spawn, aber das war richtig... Nein, du musst oben weiter fahren. Muss man? Wenn du zurückkommst, musst du oben bleiben, ja. Okay. Da ist oben ein Wallride. Aber unten ist der Punkt. Ja, du fährst einfach gegen die Wand und donnerst da runter. Du fährst in so einen Auffangkorb rein, quasi. Ah, okay, okay. Jetzt werde ich getrollt hier wahrscheinlich. Dankeschön für die Cash-Kamera. Oh, ne, ihr habt recht. Ja, ach. Ah. Aber, ey. Wo haben die jetzt verkackt? Nein, das war... Das war... LOL. Wo... Wo und warum? Ich verschenke gerade so... Bin ich eigentlich noch Erster? Ja. Ich verschenke gerade richtig den ersten Platz, alter. Oh nein. Nein. Aris ist Erster? Ja, ist Aris wieder. Gib ihm! Oh ja. Aber... Wieso? Habt ihr da die ganze Zeit verkackt? Ja, ich bin einfach den scheiß Tube reingefahren, was? Nein, nein. Aris ist einfach nur runtergefahren. Von der Tube. Echt? Ja. 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 Ich bin jetzt auch da. NEEEEEH! Oh, okay. Du hast halt doch noch ein troll zu sein. Ey! Ey, okay. Wo ist da ein troll? Scheiße, Digga. Ey, so ein Peniskopf, ey! Ey, ich hab mir den troll nicht ausgedacht, ja? Hä? Ey! Hä? Da... Kann man da durch? Da kann man nicht durch, ne? Hä? Ist das der Vorletzte? Was ist der Vorletzte? Beim vorletzten Waggon ist zu. Hä? Nein. Hä, lau mich nicht voll. Es ist nur bei einem Waggon eine Bremse drin. Ich bin doch da null gegen gefahren. Anscheinend ja doch. Muss ich dann da oben? Egal. Beko, er ist der Möwe, er ist der Möwe. Er hat den Doppelsieg. Er ist der Möwe. Aris, willst du über deinen Katzen nochmal sagen? Warum? Ja, dass du irgendwie jetzt hier gerade Erster wirst, oder? Ich muss nur den Katzen mal kurz sagen, dass ich Erster werde. Dann würde ich sagen, mal schauen, ob Aris noch ein Ziel kommt. Wieso, ich bin zweiter noch nicht? Ja, im nächsten Leben vielleicht. Loll. Wieso fährst du, ey? Loll, das habe ich aber gerade auch nicht gecheckt. Dass Marvin schon vorbei ist. Ey, du bist so. Ey, war das super easy. Hä, was sind das auch für Auffahrten? Gib mir den verdienten Vorrein, Alter. Du musst gar nicht zurückfahren, Aris. Ne. Hä? Wie? Ne. Du springst runter auf die beiden Plattformen. Nein. Guck auf die Straße. Ey. Ja, kein Wunder. Nein, ich komme nicht ins Ziel. Ey, Marvin. Ey, ey. Ich glaube, wir haben schon wieder ein Rennen nicht beendet. Ey. Ruf mal deine Katzen, du hast nicht beendet. Was ist da los? Ey. Das war doch wieder grandios. Jeder hatte Spaß, glaube ich, mit diesem Rennen, oder? Ja, total. Bis zum nächsten Mal. Merchandise. Also ich fand's geil. Lusor und feedback, Muchachos 10, ja? Alles abzetten. Oh yeah. Ciao, ciao, Muchachos. Bye-bye. Bye-bye.